Ein wunderschönen guten Tag zu dieser neuen ZAMP-Folge und die wird auch gar nicht mal so lange gehen, glaube ich, denn es geht mir im Speziellen um den Online-Modus von Super Mario Maker 2. Ja, die meisten werden sich jetzt schon denken können, was ich ansprechen will, und zwar, dass man nur mit Randoms online spielen kann. Wer sich jetzt sagt, warum bist denn dir da so sicher, dass das nur gehen wird? Naja, mittlerweile sind die ersten Previews draußen, unter anderem auch von Domi, und der hat auch diesen Modus nicht gefunden. Was mir ebenfalls missfällt ist, dass ihr im Online-Modus aller Voraussicht nach im Multiplayer mit Randoms zusammengewürfelt werdet. Freundesräume oder eine andere Art der Verbindung mit Freunden habe ich leider nicht gesehen. Tim, der hat damals schon spekuliert, dass es wohl wieder nur mit Randoms gehen wird und dass man nur lokal mit Freunden spielen kann. Kann man jedes Level im Mehrspieler spielen? Ne, die sind halt zufällig, ne? Das ist ja das, was ich halt meine. Du kannst eben nicht dir Freunde schnappen und dann die Spieler, die Spiele bewusst im Multiplayer spielen. Ich glaube, das geht nicht. Und ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal auch eure Meinung gefragt, wer will denn wirklich mit irgendwelchen zusammengewürfelten Leuten spielen? Wenn man vier Leute dabei hat, wird es wahrscheinlich immer so sein, gerade bei der massiven Spieleranzahl bei Super Mario Maker 2, dass man immer jemanden hat, der einen irgendwie das Spiel versauen will. Und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Und ich, ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht, warum Nintendo das wieder so macht. Es gibt Freundescodes, es gibt Online-Accounts, das ist alles überarbeitet worden. Aber hier macht man überhaupt nicht den Nutzen draus. Und da, und ich hoffe, ganz ehrlich, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen, dass man das zumindest noch nachpatcht in einer der ersten Versionen. Gerade in modernen Zeiten, wo auch Streamer miteinander spielen. Ich habe mich schon mit mehreren abgesprochen, dass wir auf Twitch zusammen Super Mario Maker spielen werden können. Aber es geht halt nicht, weil Nintendo das nicht einbaut. Und das in modernen Zeiten, wie Streaming und sowas alles, ist halt völlig Banane. Ich hoffe wirklich, dass da noch was geändert wird. Bitte tut mir den Gefallen, Nintendo. Bitte, bitte, bitte. Ich will das Spiel online gegen Freunde zocken. Und ansonsten hoffe ich mal, dass ihr genau derselben Meinung seid. Oder vielleicht seht ihr das ja anders und sagt, nee, das ist schon ganz gut so. So geht das vielleicht auch schneller mit dem Verbinden und so. Also ich finde momentan keine positiven Argumente dafür. Und ich hoffe, ja, wir werden hier eine schöne Diskussion führen. Und tut mir doch den einen Gefallen. Wenn noch nicht getan, lasst doch den Daumen nach oben da. Oder vielleicht sogar ein Abo. Ungefähr 40% der Leute gucken die Videos ohne Abonnement. Und das würde mir aktuell wirklich, wirklich sehr weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video und ciao.